Die Organisation im Bereich der Grand Racing Union sehr aktiv ist. Lampgas in seinem 10.01 Niedermotor reingläst, verlässt sich Schubi aus Norddeutschland, allein auf die Kraft aus 10.300 Kubik-Centimetern. Er hat seiner Chevrolet Nova den schönen Spitznamen The Money Blower gegeben, weil man damit so schön Geld verblasen kann. Schubi wird hier jetzt eingewiesen in Richtung Startlichtschranken. Es soll eine 67 werden, das Auto hat Potenzial für die 7er-Zeiten, das ist keine Frage. Ah, Schubi runter wieder seit 67.